hallo zu einem neuen tutorial heute möchte ich mich weniger mit dem green screen an sich beschäftigen sondern eigentlich eher damit wie man es schafft das objekt in dem fall mich so hinzustellen dass es etwas plastischer wirkt das erreicht man am besten mit einem schatten diesen schatten kann man in der postproduktion hier bei premiere pro ganz einfach einfügen und das möchte ich euch heute einmal ganz kurz vorstellen als erstes muss man natürlich dass diese diesen green screen erstmal ausgehen so dass man mich freistellen kann dazu gibt es sehr viel bessere tutorials im auf youtube oder im netz als ich das machen könnte ich werde es also nur ganz kurz fassen das erste was man braucht ist dass man das ganze bild erstmal so beschneidet dass alles was unnötig ist verschwindet also erstmal weggeschnitten wird dazu nimmt man eine ein tool das nennt sich point garbage matt oder vor point oder 16 je nachdem wie schwierig das ausschneiden dann ist ich denke mal eine acht punkt matte hier wird reichen ich ziehe den effekt also auf das video und klicke den effekt an und kann dann mit diesen kleinen punkten hier das bild so weit beschneiden wie ich es einfach brauche dass hier einfach auch wirklich gar nichts mehr von den lampen und im hintergrund und so weiter zu sehen ist das mache ich jetzt hier einmal ganz kurz um das ganze bild nachher dann auch auszukiehen gut das ist das erste als nächstes brauche ich den ultra kiel von premier pro der sehr 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 gut arbeitet und allein schon in den voreinstellungen ein relativ gutes ergebnis liefert dazu suche ich mir jetzt einen punkt der möglichst gleichmäßig ist ich probiere das jetzt hier einfach mal relativ nah am körper zum beispiel diesen hier das sieht schon gar nicht so schlecht aus hier da ist irgendwas was noch nicht so in ordnung ist das ziehe ich mir ein bisschen runter so jetzt sieht man hier immer noch ein weißes rauschen im hintergrund da gucke ich einfach mal was das sein könnte gehe hier zu dem alpha channel und da sehe ich dann schon dass hier verschiedene bereiche die hier hell markiert sind immer noch durchscheinend sind das kann ich beheben indem ich hier in dieses tool hier rein gehen und hier einfach ein bisschen rumspiele das sieht schon mal ganz gut aus da habe ich jetzt hier noch ein bisschen was was raus scheint das nehme ich mit der toleranz ein bisschen weg oder mit dem schatten so und schon ist es weg ich stehe jetzt relativ frei hier das ist hier alles weiß im hintergrund ist alles schwarz und das sollte ganz gut aussehen ok lassen wir das video einmal laufen mache ich das ganze mal ein bisschen größer und guck mal ob ich irgendwo noch grüne ränder sehe das ist ja nun meistens der fall hier in dem bereich sieht man schon noch so ein bisschen grüne ränder und auch an der hand hier hier sieht man auch noch ein bisschen im grünen rand das ist der sogenannte spill den mache ich auch noch weg das schaffe ich mit der spill suppression wie das hier so schön heißt ich mache mir das gerade mal ein bisschen größer schauen wir mal die hand an hier bill so sieht das schon ein bisschen besser aus was man das ganze noch mal laufen ok ok sollte eigentlich ausreichend sein das stelle ich wieder zurück so dass es ins bild passt als nächstes möchte ich natürlich nicht unbedingt vor einem schwarzen hintergrund stehen sondern möchte gerne ein weißen oder ja weiß auch nicht unbedingt so das wahre aber vielleicht ein leicht grauen hintergrund den habe ich mir schon mal vorbereitet und sie den nun einfach hinter meine person ok das sieht auch schon mal ganz gut aus aber ich stehe vor diesem grauen hintergrund ja relativ platt und flach ohne irgendwelche tiefen wirkung die tiefen wirkung kann ich jetzt erreichen indem ich einfach ein bisschen schatten nach hinten setze ähm ich nehme mir also das tool drop shadow und hier habe ich verschiedene möglichkeiten einmal die farbe des schattens da nehme ich jetzt einfach mal schwarz das denke ich ist am einfachsten äh die durchsichtigkeit die den winkel die distanz und auch die weichheit des schaffen äh des schattens also wie hart die ränder nachher werden als erstes werde ich einmal die distanz erhöhen und da sieht man schon da kommt der schatten relativ gut rein der winkel passt mir noch nicht ganz den nehme ich ein bisschen weiter nach oben macht die durchsichtigkeit also die opazität ein bisschen mehr also so dass es weniger opak ist durchscheinend ist und jetzt werde ich den schatten noch ein bisschen weicher machen okay so sieht das doch schon mal gar nicht schlecht aus lassen wir das mal laufen das sieht doch gar nicht so übel aus was man jetzt machen kann um vielleicht noch ein bisschen mehr tiefe zu bekommen ist dass man die distanz des schattens noch etwas weiter also noch mehr vergrößert das muss man ja je nachdem wie man das haben möchte kann man das machen ich mag das nicht ganz so gerne ich setze den also noch mal ein bisschen wieder näher an und dann kommt so ein bisschen plastizität hinein so dass ich mich vor dem hintergrund von dem hintergrund ein bisschen abheben kann okay das sieht ganz passabel aus gucken uns das einmal im groß an sieht so aus als ob das licht von dieser richtung käme und der schatten bewegt sich auch ganz gut mit okay das war schon ja vielen dank fürs zusehen und ich hoffe ich konnte euch ein bisschen was neues erzählen und vielleicht auch ein bisschen was helfen wenn ihr postproduktion macht mit euren videos mit euren green screen videos wie gesagt zum ausgehen des green screens gibt es sehr viel bessere tutorials als ich das könnte da gibt es hunderte im netz müsst ihr einfach mal ein bisschen suchen da findet ihr bestimmt was okay das war es für heute vielen dank fürs zusehen und tschüss vielen Dank